ARD Text im Auftrag von Funk Renn! Renn mit der Schotka, Schotka, Schotka Wir schauen 100 Schuss auf den Einsatz voll in der Ecke ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Mach doch was! Mach doch das hier! Du musst diese Blasen auf dem Schirm Ja Ach du Scheiße Scheiße Mein Kopf Mein Kopf Jetzt? Was? Die Luftkontaminierung sprengt die Skala Bring das Ding um bevor dir die Luft ausgeht Danke für den Ratschlag Sauerstoffversorgungsstation Liste Oh, da ist irgendwas so raus Ja Kriegst du Sauerstoff glaube ich jetzt Alter, zu oben Jetzt musst du irgendwas machen Äh, heil, 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 heil Klar, ist mir klar Packliche Übersicht Ja Was war das? Du hast nur noch wenig Sauerstoffversorgung Ich muss auf das Rote Teil schießen Alter Du musst auf das Rote Teil schießen Du musst auf das Rote Teil schießen Ich habe ein Belieber, habe ein Belieber. Was ist das Rote dann? Du hast doch Zeit! Ich bin der letzte Schuss! Ich musste keine Galaten, aber die Flammen sind scheiße. Also nicht scheiße, aber ich weiß schon. Und noch die anderen auf Lager. Nein, das sind normale Granaten. Ja, die Nervengift. Das ist doch dasselbe wie das hier, nur als Spitzone. Ähm, nicht ganz. Das lernt die noch. So... Ja, gut. Die Emotion ist für den Rest. Okay. Das ging sofort. Ja. Das ist die normale Body, ne? Ich dachte... Ich denke. Schnell doch nochmals kurz. Das ist das nicht so. Bueno, ich denke. Ach, stimmt. Guck mal. Ja, genau. Jetzt mein Kopf. Nein. Du hast ihn ja nicht zerstört, das ist ja wieder eingegangen. Die Flammenraten haben schon geholfen. Jetzt ist es. Ich muss erstmal hochspringen. Die Luftkontaminierung sprengt die Skala. Bring das Ding um, bevor dir die Luft ausgeht. Danke für den Ratschlag. Sauerstoffversorgungsstation ist befließbereit. Sauerstoffversorgungsstation? Was ist denn hier? Vielleicht ein gutes Grüne Teil. Aber später ist es möglich. Ja, dann kann es auf. Sauerstoff erschöpft. Bitte warten Sie, bis die Reserven nachgeführt wurden. Ja, das ist es okay. Dann beschützt das ja. Müssen wir auf das rote Teich. Vielleicht sehe ich mal. Was ist denn? Leiter, leiter. Und gleich hoch, oder? Da ist noch ein zweiter auf jeden Fall. Hast du gesehen? Links da ist auch ein zweiter. Sauerstoff erschöpft. Bitte warten Sie, bis die Reserven nachgeführt werden. Das ist noch ein zweiter. Das ist noch ein zweiter. Das ist noch ein zweiter. Du hast ja nur ein halbes Leben. Du hast ja unten gelb. Dann bist du sofort tot. Alter, der Kampf war so geil. Und dann, ja. Halte ich jetzt erstmal. Halte ich erstmal normal. Nein, nicht drüber zu. Ja. Ich bleib bei den Flammengranaten. Schau, dass man die nicht auf dem Quickstop legen kann, die Stärken. Ja, das weiß ich nur, wie das drauf funktioniert. Wechsel? Ja, genau. Okay. Jetzt das Ding sofort erledigt. Ja, da kommt ja gar nicht was raus. Ja, 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 ja. Du müsstest herkommen. Und alles verlasse. Was? Drehst Granate, oder? Flammengranate. Zwei am besten. Ah. Ich stehe jetzt aber auch mal zu brennen. Hm. Jetzt komm, ich spiele da oben. Scheiße, mein Kopf. Ja, ich stehe jetzt. Naja, der war ja gleich müssen, aber das war's kommt. Das war's. Oh, ich spiele es von mir. Ja. Au reinen Warte. ... ... ... ... ... ... Jetzt ist es, komm, springe auf, zeig ich es dir. Äh, ne, ne, warte, warte. Scheiße! Willst du voll aufzeigen? Willst du tanken erst mal auf, wenn du um 30% bist? Ja. Alter! Die Kontaminierung sprengt die Skala! Bring das Ding um, bevor die die Luft ausgeht! Danke für den Ratschlag. Sauerstoffversorgungsstation ist betriebsbereit. Du bist so! Na klar, kein Sauerstoffverbot! Sauerstoff erschöpft. Bitte warten Sie bis die Reserven nachgefüllt wurden. Kann sofort hinspringen da, der Typ. Da klappt es. Okay, jetzt kommt's gut. Get up the fuck. Go on. HIT 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 Es hat wieder ein Scherbes. Oh. Geht aus. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bringst du dir den anderen Sauerstoffen? Ich bringe den Sauerstoff weg. Da vorne, da. Ich lauf ihn davon. Nein, nein, nein. Jetzt müsste ich nur noch... Ich drücke nur eine Nummer an. Nachladen, nachladen. Okay, ich hau ihn fertig. Ja, das weiß ich nicht. Vielleicht, aber... Warte, warte. Nein, nein, nicht schießen. Ich warte. Sicher ist sicher. Game over. Endlich. Chris, Datenübertragung fast fertig. Wie halte ich sie auf? Du musst irgendwie den Server runterfahren. Vielleicht gibt es irgendwelche Trafos, die du... Okay, hat geklappt. Das wird die IT-Leute aufregen, aber... Sollen Sie doch heulen. Wie ist die Lage? Anlage ist gesäubert. Auch neue Varianten beseitigt. Dann bin ich hier raus. Außenwand aufgebaut und in Betrieb. Gut. Glaubst du, wir haben hier geholfen? Ihnen nicht, fürchte ich. Der Pilz ist eingedämmt. Hoffentlich sind sie Evies letzte Opfer. Hoffentlich. Chris, ein Anruf für dich. Du musst ihn im Lager annehmen. Okay. Bin auf dem Weg. Ja, wir haben es geschafft. Resident Evil 7 Biohazard. Nicht ein Hero. Cool. Jawohl. Wo der Inventarbox kein Held hinzugefügt. Okay. Die Frage ist... Warum haben wir jetzt diesen Dings der Dietrich bekommen? Können wir jetzt in den nächsten Mal da einsetzen. Weißt du, ob der ist... Bleibt der denn dann? Keine Ahnung. Wenn wir rausgehen. Den ganzen Weg zurückrennen wir ein bisschen. Dann ist die Überprüfung. Ja. Da war locker die letzte Münze drin. Dann wird es sein. Gut. Dann sind wir mit noch E-Hebo durch. Und demnächst geht es weiter mit Mütz. Ich hoffe. So wie es endet? Ja... Wenn ich dafür kein Geld... Also wenn jetzt... Wenn ich extra noch Geld zahlen müssen. So wie es endet. Ja. Ich hoffe. Na das schon. Na das ja... Na das schon. Ciao! Ja. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.